hallo liebe freunde herzlich willkommen auch heute hier auf meinem kanal und vor allem vielen dank für die vielen positiven rückmeldungen die von euch gekommen sind das freut mich natürlich besonders schön finde ich dass vielen von euch diese kleinen unscheinbaren fotodetails am welchesrand so gefallen hat und die euch so faszinierend haben deshalb habe ich einfach noch mal in meiner fotokiste gekramt in der sprichwörtlichen kiste natürlich und habe versucht aus dem gefundenen dingen einen kleinen neuen film zusammenzustellen und ich hoffe ihr habt an diesem genauso viel spaß wie an den vorhergehenden also in diesem sinne lasst uns losgehen und viel spaß beim anschauen so 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 so